Käse ist nicht jedermanns Sache. Entweder man liebt ihn oder hasst ihn. Zumindest den echten Käse. Denn das, was man im Einkaufszentrum bekommt, kann man nicht wirklich als solchen bezeichnen. Hier erleben Sie, wie er gemacht wird und woran man guten Käse erkennt. So schmeckt die Welt. Dienstag um 20.15 Uhr auf Anixe Plus.